So hallo zu einer neuen Folge MW3 mit Snooze Servus Leute Starten wir mal wieder voll durch mit neuen Videos. Ihr braucht ja auch Nachschub Oh schon wieder tot Ah fuck Also mit dieser Waffe wie ihr seht kann man richtig genau zielen sie hat mich schon voll in die verliebt mit der MK 4 6 kannst du das bestätigen ist los dass die gut ist hat sie noch nie gezeigt er ist nämlich ihr schlafen ist gut wenn man damit suchen kann er ist nämlich ihr stinkt vor drei Tagen hat er dir freigeschaltet und jetzt schlafen ne Spaß wenn man es umgewinnen mit der viele Spiele MW4 hinter Snooze rennt man sich gut rum dann geht das war jetzt meiner MW4 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 So warten wir mal, es kommt bestimmt gleich einer. Oder von der anderen Richtung. So. Ah, hinter dir. Na, da hast du im richtigen Moment gesagt, der hat mich. Ja. So. So. Oh mein Gott. Ah. Reditor. Na, das gibt's ja wohl nicht. Haben für dich. Gut. Was war das, bitteschön, was war das gerade? Ein Sniper-Schütz wird er. Ja, ich komme auch gleich mit dem Sniper. Mann. Na und, was hast du heute so gemacht? Ja, Schule, bisher, Real-Life. Du? Bissle GTA Real-Life zuckt. Weil du da mal Führerschein nochmal gemacht. Ja, so. GTA Real-Life, da ist Führerschein ein wenig leichter. Eicher für Röscher, ne? Ne, Euscher. Es gibt echt Eicher, ne? Und Euscher, gibt's auch echt. Eicher ist ein Fach, ne? 20 Assists, hört sich doch schon mal schnucklig an. Wer hat es? Da war gerade das Nusswetter. Keiner hat 20 Assists. Nein, 20 Plus habe ich gerade bekommen. So. Riech an, meine Bart. Ich bin alt. So. Das war auf jeden Fall gerade fast ein Kill, das muss man dazu sagen. Ja, nice. Das daneben bin ich, ha. Hat er mich nicht kriegt. Was war das jetzt? Folge 4? Bis jetzt ist es noch eine Folge, ne? Insgesamt die vierte Folge. Ja, es wird die vierte Folge. Okay. Wenn sie fertig ist. Ja. Kommt heute noch hoch. Also gut, dann geht's weiter, wenn ich auf den Server draufkomme. Wenn nicht, dann ist es natürlich scheiße. Sag uns mal ein gutes Lied, das wir alle noch nicht kennen. Kein Plan, man. Ein deutsches. Ein deutsches. Vielleicht ein Parodie oder so. Jetzt komm, kennst du mich vielleicht. Weil ich kann so lange aufnehmen, wie ich will. Ja, dann letztendlich. Also ich kann den ganzen Tag aufnehmen. Das Problem ist, bei YouTube sind mir leider nur 15 Minuten gestattet. Außer, ich tue das jetzt bestätigen. Die Anfrage von YouTube kam schon, dass sie mich sponsorieren. Dann ist Werbung auf meinen Videos dran. Aber das will ich nicht für die Zuschauer, es ist nämlich nervig. Wie war das? Sponsor was? Die Sponsoren sponsorieren mich mit paar Cent, was weiß ich was. Und dann ist aber die fucking Werbung auf meinen Videos drauf, wie du es bestimmt schon kennst. Oh ja. Mikro-Ausch-Geschoben, es war mal durchgeschnunzt, oder was? Hallo? 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 Ich bin selbst wegzündig. Dann bist du. Dann bist du. Oh, also wenn mich jemand fragt, ob das jetzt gerade ein Heck ist, das ist kein Heck. Das ist jetzt die Abteilung vom Volkfest, also auf der Map gibt zum Volkfest. Was war das gerade? Nix. Witzvoll. Nr. 1. Nr. 1. Mo. Sag mal, äh, so französisches Deutsch, was geht ab, Alter. Was? Wo's geht ab? Ote? Ich kann das wollen, ne. Alle, alle. Pff, wie? 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 Habt ihr französisches Deutsch? Ne, ne, auf jeden Fall, da kommt die so, ne. Fabio war in Frankreich, aber auch als Immigrant, ne, ne, denke, dass er freiwillig da war. Und dann, ja, auf jeden Fall, ähm, haben sie gesagt so, Fistipide und da so, wie, wie. Wie, wie, wie. Und dann hat's denn schon fünf Euro mit einem Schein hinkommen, weil gerade ein Banane-Schein war. Weil, ja, oh Mann, wie gesagt, es heißt fünf Euro oder so, naja, was wir schon machen. Oh Mann. und ich meine damit ist er den den ich den sind ist er nahm nicht genannt habe ich meinen anderen dass der Wölz-Kreis also weiche dass ich mit dem einen Modus meinsch wenn den anderen er geht noch einer so finden uns eckig der dahinter der Tankstelle unter rechts in Güterwaggon 9 was hast du da ich hab auch noch grüße so äh ja klar Mauer so wie sie können mit dem Auto vergleichen die ganze Zeit so begrenzt haben das sie können zum Schluss sein und auch kein Marke da hinten müssen das ist alles voll ja da ja 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 Geh weg. Alter, es ist schon 7 Kills. Mach mal langsam. Ich probiere mal nicht so schnell, sonst kann es sein, dass ich noch Schnee in diesem Winter sehe. Da noch einer. Nein! Ich voll... Idiot. Idioto, ich komme noch nie aus Italien. Sag ich dir mal paar italienische Namensagen. Du meinst, du könntest einen. Francesco. Jetzt sag ich dir schön, Genja von den 2. Genja von den 2. Raffaello. Endlich. Okay. 1. Nur für dich. Jetzt sag ich halt du auch mal noch schnell rein, ne? Nein. Was nein? Nix. Ah! Ah! Und trau dich doch. Hui, das war aber so richtiges Blindwürstle. Jep. Jep. Pipi. Klaas der Scheiße. Ist bestimmt der Ikea. Puh, ne. Das ist der Bernd, der Schrank vom Ikea. Nein! Nein, nein. Holt mal einer den Scheiß Heli da runter? Ja, mein Schitz steht schon. Der wird gleich noch. Ja, mit seinem Laser Schitz. Jo, mein Schitz hat ein Colt. Ja, wie geil ist das denn? Nein, noch nicht. Das liegt noch. Nicht an meinem Bad. Na ja, danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bis wird oder was folge. Bis zum nächsten Mal. Ja, lass den letzten Abschuss. Ciao. Ja, jetzt reden wir doch kein Acker.